Alle Richtung Rand gehen, von da aus kann man auch filmen. Wie bitte? Nein, damit man das nicht sieht oder wie? Sie können auch vom Rand filmen. Also ich bin auch Fotograf. Vom Rand aus kann man das auch filmen. Die Straße ist Straße, Straßenland. Dementsprechend bitte einmal an den Rand. Nicht für den Fußgängerverkehr. Ich gehe mit Rand. Nicht zur Mittelinsel, dementsprechend. Nein. Jetzt gehört bitte zur Straße. Aber hier fahren keine Autos, oder? Ja, der Fahrzeugverkehr soll wieder aufgenommen werden. Hier, jetzt. Wir sind jetzt nicht.